Hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine South Park Figur zeichnen könnt. Ich habe mich für den Charakter Kenny entschieden. Hierfür benötigt ihr erstmal ein weißes Blatt Papier und braucht folgende Farben an Stiften. Einmal Hautfarbe, ein dunkles Braun, ein knalliges Orange, einen Weiß und einen schwarzen Stift. Wer nicht mit dem schwarzen Stift die Umrandung malen möchte, braucht zusätzlich noch einen Bleistift. Ihr beginnt mit dem schwarzen Stift und fangt im Kopfbereich an. Hierfür malt ihr erstmal einen großen Kreis auf euer Blatt. So. Jetzt malt ihr noch einen kleineren Kreis in den großen Kreis rein. Der befindet sich ein bisschen weiter oben und ist ein wenig in die Länge gezogen. Das heißt, ich setze ungefähr hier an und male nochmal einen kleineren Kreis. So. Jetzt verbindet ihr jeweils die Mitte dieses Kreises mit einer gebogenen Linie. Auf der anderen Seite auch. Und hier werden jetzt große Augen reingemalt. die sich in der Mitte berührt. Dann dürfen die Pupillen natürlich nicht fehlen. Jetzt setzt ihr nochmal oben hier an eurem Kreis an und zieht nochmal eine dünne Linie hier runter. Genau so. Und hier unten kommen natürlich noch die Benzel von der Jacke dran. Das ist der Kopfbereich. Jetzt kommen wir zum Körper. Dafür malt ihr ab ungefähr hier die Arme ein bisschen ründlich nach unten. Der zweite Trich von den Armen. Und jetzt kommen die Hände. Dafür malt ihr einfach einen kleinen Kreis hier hin. Und hier oben in die Ecke nochmal einen kleinen für den Daumen. Jetzt wird der Oberkörper hier abgeschlossen an den Händen. Und in der Mitte kommt ein dicker schwarzer Strich für den Reißverschluss der Jacke hin. Und jetzt fehlen natürlich noch die Beine. Dafür malt man hier einfach so einen kleinen Kasten hin. Und da drunter ein kleiner Fußkasten. Jetzt wird das Ganze noch farbig gemalt. Dafür nehmt ihr als erstes euer Dunkelbraun. Und jetzt werden erstmal hier auf beiden Seiten die Patschi dunkelbraun gemalt. Ihr könnt das natürlich auch mit Filzstiften ausmalen, wie ihr das lieber habt. Also das wird dunkelbraun gemalt. Die Hände werden dunkelbraun gemalt. Und ganz unten der Balken wird auch dunkelbraun gemalt. Die Augen werden weiß. Wer das nicht für notwendig hält, muss natürlich über das weiße Blatt nicht nochmal weiß machen. Ich finde, das sieht dann ein bisschen besser und intensiver in der Farbe aus. Für das Gesicht hier benötigt ihr eure Hautfarbe. Die malt ihr einfach ganz leicht darüber. Und der komplette Rest wird jetzt einfach in einem knalligen Orange ausgemalt. Wenn ihr das dann mit der orangenen Farbe alles ausgefüllt habt, ist euer Candy fertig. Und dann geht's mit der Farbe aus. Untertitelung des ZDF, 2020